Herzlich Willkommen Leute, Willkommen auf der Titanic Herzlich Willkommen wieder bei Autorenbreppen mit Fritz Der Vergleich mit der Titanic ist eigentlich gar nicht so verkehrt Die Titanic ist damals gegen einen Eisberg gelaufen und dadurch gesunken Bei einem Eisberg schaut etwa ein Drittel über die Wasseroberfläche und zwei Drittel sind unter der Wasseroberfläche Deshalb auch der Titel Unterradar, erster Teil Es geht heute um weitere Parameter, die nicht so in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden Jeder spricht im Moment von Gas und Strom Aber wir haben noch wesentlich mehr Parameter, die im Augenblick darauf hindeuten Dass wir das Schiff, Deutschland und Europa gerade dabei sind gegen einen Eisberg zu fahren Und wenn euch das interessiert, dann bleibt an dieser Geschichte dran Ich habe vor vier Jahren einen Film gemacht, die kommende Katastrophe Ich habe zwar keine Glaskugel, aber es scheint offensichtlich tatsächlich jetzt so zu sein Dass jetzt der Punkt erreicht wird, wo wir eben Schiffbruch erleiden werden Ich habe zahlreiche Informationen zusammengestellt und möchte die in diesem Film euch einmal zeigen Schauen wir es uns mal an Leute, die Wirtschaftsleistung von kleinen und mittleren Unternehmen sollte man nicht unterschätzen Immerhin sind 55% aller Menschen in Deutschland in solchen Unternehmen beschäftigt Und die Brutto-Wertschöpfung beträgt 42% Uns wird derzeit erzählt, dass wir eine Inflation von 7,9% haben Sehen wir uns nur einmal die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte an So ist praktisch innerhalb eines Jahres von Juli 2021 bis Juli 2022 Die Produktionskosten alleine um 33,4% gestiegen Das gilt jetzt praktisch mal nur für die Landwirtschaft Wenn wir uns andere Unternehmen anschauen mit der Produktion So sind teilweise die Kosten zwischen 60 und 70% gestiegen Also kann auch was mit der Inflation so nicht stimmen Nun die Preissteigerungsrate bei den Verbraucherpreisen von 16,6% für Nahrungsmittel Ja wäre ja in etwa bloß die Hälfte dessen, was die Landwirtschaft alleine an höheren Preisen hat Also sieht man auch hier, hier passt was nicht Die Energiekosten sind im Allgemeinen um über 35% gestiegen Aufgrund der wirtschaftlichen Schieflage und der Parameter, die wir in Deutschland und Europa haben Sind viele Firmen, wir sehen hier 2330 Unternehmen dabei sozusagen Ihre Geschäftsaktivitäten ins Ausland bzw. außerhalb von Europa praktisch zu verlagern Das sind Arbeitsplätze, die verschwinden und auch nicht mehr zurückkommen werden Ja Leute, Energie hat seinen Preis Und wenn wir uns mal überlegen, wie sehen denn die Energiekosten in Europa, in unseren Nachbarstaaten überhaupt aus Und dann werden wir hier ganz schnell auch feststellen Der Rohölpreis zum Beispiel ist eigentlich überall gleich Und über die Raffinerien wird der Treibstoff, wird das Öl, wird der Diesel hergestellt Aber dennoch haben wir entsprechend hohe Preisdifferenzen in unseren Nachbarstaaten Einerseits sind wir dadurch nicht mehr konkurrenzfähig Und auf der anderen Seite, was ideologisch einfach nicht verstanden wird Dass jedes Produkt, das braucht Energie zum Herstellen Und auf der anderen Seite muss es ja auch in die Geschäfte geliefert werden Das heißt, wenn der Diesel teurer ist Dann wird automatisch auch die Ware entsprechend teurer sein müssen Denn der Preis muss irgendwie umgelegt werden Neben zur Folge haben wir natürlich auch entsprechende Preissteigerungen Schauen wir uns deshalb mal ganz einfach die Kosten alleine für Treibstoffe In unseren europäischen Nachbarländern im Vergleich zu Deutschland einmal an Ja Leute, wir sehen hier zum Beispiel alleine beim Benzin Dass alle anderen Staaten entsprechend günstigere Treibstoffkosten haben Und wir müssen den teuren Sprit bezahlen Und wir leben eben nicht nur in Hamburg, Berlin oder München Sondern auf dem Land Wir müssen fahren, um zur Arbeit zu kommen Und unseren Lebensunterhalt zu bestreiten Geld, das uns fehlt Ich weiß ja nicht, wie es euch geht Aber ich fühle mich irgendwie von unserer Ökopolitik verarscht Wir sehen, was eigentlich los ist Und wie wir kämpfen, um über die Runden zu kommen Und im europäischen Ausland Lacht man eigentlich über die Treibstoffkosten Die wir uns in Deutschland selber auferlegen Leute, wir sehen hier eigentlich die Schieflage, die eigentlich da ist Es sind wenige Staaten, die höhere Preise haben Und Deutschland ist eigentlich führend in den Treibstoffkosten Das ist unsere Energiewende und unser Öko-Beitrag zur Rettung der Welt Ja Leute, und das hier sind die Dieselpreise Hier sehen wir, warum unsere Waren so teuer sind Warum unsere Transportkosten so teuer sind Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten Leute, wir sehen hier den Dieselpreis allein in Frankreich Kann man sich vorstellen, wie das praktisch das Wirtschaftsverhältnis durcheinanderwirbelt Dass wir Kosten haben, die wir nicht so tragen können Und die Konkurrenzfähigkeit von Deutschland natürlich dadurch immer mehr auch in Bedrängnis kommt Es ist eine Ideologie, die uns praktisch jetzt in dieser Wirtschaftssituation das Genick brechen wird Ja, dasselbe haben wir ja auf einem Strom Wenn wir nach Deutschland schauen Eine Familie, die 4000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht Hat also mindestens Kosten von 1149 Euro Tendenz extrem stark steigend Der Strom wird übrigens in ganz Europa produziert Und ist von allen Kraftwerken in Europa eigentlich gleich herzustellen Wir halten uns aber immer an die höchsten Produktionspreise Die gleiche Strommenge in Frankreich kostet nur 765 Euro Tja Und so viel kostet der Speis in Österreich 829 Euro Aber jetzt kommt der Hammer Bei uns hat niemand kapiert, dass der Standortvorteil ausschlaggebend ist, wo die Industrie hingeht Leute, schauen wir uns doch einfach mal die konjunkturellen Erwartungen an Von der Corona-Pandemie bis zum heutigen Tag und wie die weitere Entwicklung aussieht Wir sehen, dass es hier eine deutliche Diskrepanz gibt Wir sehen hier die Konjunkturausblick von der Corona-Zeit und der Gegenwart sowie die zukünftige Entwicklung Genauso das Geschäftsklima, wie sich das Ganze entwickelt Wir sehen die Erwartungshaltungen und die Realitäten, wie die Firmen ihre Situation einschätzen Der wichtigste Faktor ist für Deutschland und ihre Industrie in erster Linie der Außenhandel Schaut euch mal hier die blauen Pfeile an und wir wissen, wohin der Weg führt Hier sehen wir blau dargestellt Firmen, die Leute suchen und auf der anderen Seite, wie viele Menschen einen Arbeitsplatz suchen Wir sehen auch hier ganz deutlich die Tendenzen, wohin der Weg geht Hier sehen wir den wöchentlichen Aktivitätsindex, das heißt, wie in den letzten 13 Wochen die Entwicklung praktisch in der Wirtschaft war Auch hier sehen wir ganz einfach durch den blauen Pfeil, wie die Entwicklung ist Ja Leute, ich will euch ja nicht mit Zahlen langweilen Aber wir sehen doch eindeutig, wohin der Weg führt Das heißt, wenn jetzt wir im Winter noch zusätzlich eine weitere Energiekrise bekommen Wenn ein Blackout droht, den wir als Prepper schon lange vorhergesagt haben Und deshalb in die rechte Ecke gestellt worden sind Und als Verschwörungstheoretiker abgetan worden sind So sehen wir heute, wie in den öffentlichen Medien davor gewarnt wird Wie sich die Leute auf diese Gefahr vorbereiten sollen Ja, da fällt einem eigentlich gar nichts mehr weiter dazu ein Man muss sagen, verantwortlich für diese ganze Entwicklung sind eigentlich alle politisch verantwortlichen Parteien der letzten Jahrzehnte Es ist eine Entwicklung, wo man sich abhängig gemacht hat Wo man nicht wirtschaftlich pragmatisch gearbeitet hat Sondern auf Ideologien gesetzt hat, um eine Energiewende zu schaffen Es geht um Steuerpolitik, es geht darum, wie man die Wirtschaft in seinem Sinne lenken wollte Aber man hat eben die Rechnung ohne den Wert gemacht Und das wird sich halt jetzt errechnen Ich erinnere mich an Franz Josef Strauß Da nehme ich die CSU deshalb nicht aus Aber er hatte damals schon gesagt, dass wenn das Narrenschiff Der Rot-Grün-Koalition das Ruder übernimmt Dann ist das Leben der jetzigen Generation gefährdet Und dass der zukünftigen Ich mache dazu mal einen Lenkdruck Was passiert, wenn wirklich ein Blackout eintritt Leute, dann wird die Industrie auch so schnell nicht mehr anlaufen Dann haben wir praktisch den Standort Deutschland in dem Sinne verloren Und die Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahrzehnte Seit der Nachkriegszeit praktisch verspiegelt Und wir leben dann in einer völlig anderen Realität Das Thema Titanic ist deshalb wirklich gut gewählt Denn ich würde sagen, die Losung heißt Leute, zieht euch verdammt warm an Es wird eine sehr kalte Nacht Und die Losung auf der Titanic heißt Rette sich, wer kann Wer einen Platz im Rettungsschiff findet, im Rettungsboot Der hat vielleicht eine Überlebenschance Im Teil 2 Unterradar Werde ich einen Film machen Wo ihr dann seht Wie sich der Staat jetzt momentan Neu erfindet und aufstellt In Sachen Katastrophenschutz und Zivilschutz Wohl wissend Was wohl da jetzt auf uns zukommen wird Es wird nicht lustig, Leute Schaut euch auch den nächsten Film an Gebt mir eure Kommentare darunter Ja, wir sind rechte Verschwörungstheoretiker Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao